Ja, ja, damit wurde man später Sir, 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 Sir. Komm Jens, du mal wieder. Okay, ich schon wieder. Wir haben hier so ein neues System und das scheint zu funktionieren. Mensch, ich bin begeistert. Moderne Technik alles. Ja, viel später dann war der Streit zu Hause vorprogrammiert, weil die Haare standen bis auf die Ohren. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass es Haare gab hier oben, die bis dahin reichen. Ja, Haarebüchen ist das hier. Ich erinnere mich an einen Moment, als mein Vater mich in den R4 packte und sagte, jetzt geht es zum Henker. Und dann wurden wir nach Heimsen gefahren, drei Kilometer weiter und da gab es einen Friseur und der konnte mit der Schere genau einen Schnitt. Top 10 Schnitt, ne? Top 10 mal rum. Genau. Und in der Musikbox, in der Kneipe meiner Oma, wurden mehr und mehr Schallplatten ausgetauscht. Unter anderem diese. Zum Cecil 1, 2, 3, 4, 5, 0. hörsträger. Und dann filter. Come on, dama, please please me, oh yeah, like I please you You don't need me to show the weather Why do I always have to say it hurt? Come on, dama, come on, dama, come on, dama, come on, dama Please, please me, oh yeah, like I please you I don't want to start complaining cause you know there's always been in my heart In my heart, I do want to please him with you, with somebody reason With you, oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl Why do I always have to cry, girl Come on, dama, 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 come on Vielen Dank.